Hallo zusammen! Tesla ist bekannt für exzellenten Sound im Auto. Heute müssen wir aber leider über ein downgrade Soundsystem sprechen, das zwar zunächst nur für amerikanische Kunden relevant ist, aber doch eines Tages vielleicht auch bei uns zum Tragen kommen wird. Das und andere Tesla-News gibt es gleich. Vorher wie immer noch der Hinweis auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Bis gleich! Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Hier findet ihr jede Art von Zubehör für euer Fahrzeug und das ist auch eine Möglichkeit, wie ihr diesen Kanal hier unterstützen könnt. Ihr bekommt 5% Rabatt auf alle Produkte und fördert wie gesagt diesen Kanal. Schaut mal rein, Link gibt es unten in der Beschreibung. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen wie immer natürlich über Tesla-News. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag für euch zur Einführung des Model 3 Highland in den USA. Denn Tesla hat dieses neue Modell nicht nur in den USA eingeführt, sondern auch in Taiwan. Auch hier kann man ab jetzt das neue Model 3 bestellen. Allerdings sind die Lieferzeiten noch nicht klar. Taiwan bekommt bisher die Fahrzeuge, was das Model Y angeht, aus Deutschland. Das hat politische Gründe und ich denke mal, bei Model 3 wird es so sein, dass die Fahrzeuge aus Fremont kommen werden. Nach der Einführung des neuen Fahrzeugs in den USA haben sich gleich mal die Lieferzeiten etwas nach hinten verschoben. Die hatte Tesla ja mit Januar bis Februar angegeben. Jetzt steht hier Februar bis März im Konfigurator. Das vermutlich wenig überraschend. Viele Kunden haben auf das Tesla Model 3 Highland gewartet und dementsprechend jetzt bestellt. Ja und einen letzten Nachtrag habe ich vielleicht noch. Ich habe euch ja gesagt, dass das Tesla Model 3 Highland nicht für den amerikanischen Tax Credit in Frage kommt. Das stimmt auch, außer man leest das Fahrzeug. Hier gibt es komischerweise noch die Möglichkeit, an die 7500 Dollar zu kommen. Dazu muss man aber wissen, dass man, wenn man das Fahrzeug bei Tesla leest, das am Ende des Leasings nicht aus dem Leasing herauskaufen kann. Diese Option, die bietet Tesla nicht an. Ganz einfach, weil sie die Fahrzeuge gerne selber behalten wollen. Tesla geht davon aus, dass sie schon sehr bald eine eigene Robotaxi-Flotte haben werden und alle Fahrzeuge selbst benötigen. Mal sehen, wie lang diese Option mit dem Leasing noch da ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dies bald verschwindet. Kommen wir mal zu Teslas Soundsystem. Und das ist ein Feature bei Tesla. Das ist wirklich allererste Sahne. Der Sound in eigentlich jedem Tesla ist Weltklasse und dafür ist Tesla auch bekannt. Und das ist bei Tesla nicht wie bei anderen Herstellern eine teure Option, die ihr extra dazukaufen müsst, sondern das ist Standard in allen Tesla-Fahrzeugen. Jetzt gab es bisher einen Unterschied im Soundsystem beim Model 3 Standard Range und beim Model 3 Long Range bzw. Performance. Im Standard Range Model 3 hattet ihr schon immer eine Art abgespeckte Version des Soundsystems ohne Subwoofer. Trotzdem ist auch im Standard Range Model 3 auch ohne den Subwoofer der Sound wirklich super. Bei Model Y gab es bisher keinen Unterschied zwischen dem Standard Range Model Y und dem Long Range oder Performance Model Y. In jedem Fahrzeug gab es das Premium Soundsystem und das war überall gleich. Jetzt gibt es einen Bericht von DriveTesla Kanada und die schreiben, dass Tesla hier ein Downgrade beim Model Y Standard Range vorgenommen hat. Und zwar für den nordamerikanischen Markt. Sie schreiben, Tesla stuft das Audiosystem des heckgetriebenen Model Y leise zurück. Tesla hat in der vergangenen Woche einige Änderungen an seiner Webseite vorgenommen. Da gab es so Dinge wie das Herunterstufen der Reichweite bzw. der EPA-Angaben für die Reichweite sowie das Hinzufügen der Farben Stealth Grey und Ultra Red. Eine weitere Änderung, die unbemerkt blieb, war die Herabstufung des Audiosystems für das Model Y mit Heckantrieb. Und zwar in Kanada und in den USA. Als Tesla das heckgetriebene Model Y auf den Markt brachte, wurde das Elektro SUV mit demselben Premium Audiosystem ausgestattet, das auch in den Varianten Long Range und Performance zu finden war. Das war eigentlich eine kleine Überraschung, da Tesla in der Regel eine abgespeckte Version des Audiosystems in der Einstiegsvariante verbaute. Das Premium Audiosystem war nur für die oberen Ausstattungslinien reserviert. Und dann schreiben sie noch beim Heckgetriebenen Model 3, ehemals Standard Range Plus, war die Angelegenheit noch komplizierter, denn hier waren alle Lautsprecher installiert, aber einige waren davon ausgeschaltet bzw. nicht aktiviert. An dieser Stelle muss ich widersprechen, der Subwoofer war definitiv beim Standard Range Plus nicht eingebaut. Mag sein, dass einige Lautsprecher im Innenraum verbaut und deaktiviert waren, das kann schon sein. Dann schreiben sie weiter. Das Premium Audiosystem, das umfasste früher 15 Lautsprecher, zwei Verstärker und einen Subwoofer. Die Anzahl der Lautsprecher wurde Ende 2021 auf 14 reduziert, nachdem der Lautsprecher in der Mitte des Armaturenbretts weggefallen war. Eine Änderung, die laut Tesla nicht auffallen würde. Und jetzt kommt das Downgrade. Die jüngste Änderung am Audiosystem wird jedoch wahrscheinlich hörbar sein, denn laut dem Online Design Studio verfügt das Model Y Real Wheel Drive, also die Heckgetriebene Model Y. Jetzt nur noch über sieben Lautsprecher, einen Verstärker und keinen Subwoofer mehr. Tesla nennt dieses System Custom Audio. Das kann man jetzt im Konfigurator sehen und das gilt, wie gesagt, für das Heckgetriebene Model Y in Nordamerika, also USA und Kanada. Ich habe einen Blick in den deutschen Konfigurator gewagt und da sieht man sehr schön, das Premium Audiosystem ist auch noch im Standard Range Model Y verfügbar. Hier gibt es also zunächst mal keine Änderung. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass dies vielleicht zukünftig noch kommen wird. Das hängt ein bisschen von der Produktion bei Tesla ab. Denn zum einen Mal hilft es Tesla schon, wenn es einen größeren Unterschied zwischen dem Standard Range Model Y und der Long Range Variante gibt. Und warum verbaut Tesla deaktivierte Lautsprecher in Fahrzeugen überhaupt? Naja, das hat was mit der Vereinfachung der Produktion zu tun. Wenn man alle Fahrzeuge auf derselben Produktionslinie fertigt, dann ist es eben sehr viel einfacher, den gleichen Fertigungsprozess für alle Fahrzeuge zu haben. Da ist es dann günstiger, die Lautsprecher per Software zu deaktivieren, als wirklich eine andere Hardware-Konfiguration zu bauen. Mit steigender Produktionskapazität und vermutlich mehreren Produktionslinien inzwischen bei Model Y in Amerika. Da ist es aber dann eben möglich, eine eigene dedizierte Linie zum Beispiel fürs Standard Range Model Y zu haben und da kann man dann die Lautsprecher tatsächlich weglassen und dadurch nochmal Kosten sparen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass das Soundsystem auch im Standard Range Model Y wirklich exzeptionell gut ist. Und Tesla führt auch hier Upgrades durch. Das haben wir beim Standard Range Model 3 Highland zum Beispiel beobachten können. Da hat eben auch die heckgetriebene Variante ein signifikantes Upgrade bei den Lautsprechern bekommen. Schauen wir da mal ins Designstudio. Da steht nämlich genau der Unterschied. Hier, wie gesagt, fürs Model 3 Highland. Da steht, bei Modellen mit maximaler Reichweite umfasst das System 17 Lautsprecher, zwei Subwoofer und zwei Verstärker. In der Ausführung mit Hinterradantrieb kommen neun Lautsprecher und ein Verstärker zum Einsatz. Und das waren vorher beim Model 3 auf jeden Fall weniger Lautsprecher. Und ehrlich gesagt, habe ich noch im Kopf, dass in der Pressemitteilung von Tesla in Deutschland stand, dass auch das Standard Range Model 3 Highland einen Subwoofer erhalten hätte. Das muss ich nochmal abklären. Denn wie gesagt, im Konfigurator steht hier nichts mehr davon drin. Das war nämlich eine der großen Überraschungen für mich fürs Soundsystem bei Model 3 Highland, dass Tesla ab jetzt auch im Standard Range einen Subwoofer haben wird. Ich hake da nochmal nach und liefere euch die Antwort, sobald ich sie habe. Ja, ihr seht schon, der Sound im Tesla, der wird auch weiterhin im Fokus stehen und eines der herausragenden Features dieser Autos sein. Natürlich ist es schade zu sehen, dass Tesla hier im Standard Range Model Y hier dieses Downgrade durchführt. Auf der anderen Seite ist es auch verständlich. Und Tesla hat das eigentlich schon immer so gemacht. Das war eine tatsächliche Überraschung, dass auch hier Premium Sound Systeme in den Standard Varianten des Model Y verbaut wurden. Im Moment gibt es das ja hier noch in Europa und auch in Deutschland. Genießen wir also das, solange das anhält. Sollte sich daran jemals was ändern, erfahrt ihr es hier bei mir. Um solche News nicht zu verpassen, abonniert bitte auch gerne den Kanal und lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch hier gefällt. Das hilft tatsächlich dem Kanal und auch der Verbreitung dieses Video weiter. Kommen wir mal zu einem anderen Thema und zwar zu neuen Folierungen bei Tesla in den USA. Ihr wisst ja, Tesla hat vor einiger Zeit ein Experiment gestartet. In Kalifornien gibt es einige wenige Service-Center, sie haben mit zwei Stück gestartet, die Tesla Fahrzeuge, die frisch aus der Fabrik kommen und noch nicht geliefert wurden, vorher noch folieren. Ihr könnt also beim Bestellvorgang des Fahrzeugs die Folierung gleich mitbestellen und hier gibt es jetzt eine neue Farbe und deutlich günstigere Preise. Sawyer made schreibt hier zum Beispiel, Tesla hat in den USA eine neue werkseitige Satin-Blue Folierung für Model Y und Model 3 für 6.000 Dollar herausgebracht. Die Preise für die anderen Folierungen sind um bis zu 24 Prozent gesenkt worden. Ja, ich finde das schaut hervorragend aus. Bisher sind acht Farben verfügbar. Jetzt wie gesagt ganz neu das Satin-Abyss-Blue für 6.000 Dollar. Dann gibt es das Satin-Stealth-Black für 5.700, das Glacier-Blue für 6.000, Satin-Rose-Gold für 6.000, Slip-Gray für 5.700 und Forest-Green für 6.000 Dollar. Auch schön ist das Satin-Keramic-White für 5.700 und das Crimson-Red für 6.000 Dollar. Ja, viele Optionen hier also für Model Y und Model 3 für Kunden in den USA. Mal schauen, wie dieses Experiment bei Tesla weitergeht. Reden wir noch kurz über den Tesla Cybertruck, denn der Tesla Cybertruck wurde auf der CES in Las Vegas gesichtet. Die CES ist die größte Consumer Electronics-Messe der Welt und geht gerade noch bis 12. Januar. Die Boring Company hatte hier einen ihrer allerersten kommerziellen Tunnel. Und zwar verbindet hier einen Loop die verschiedenen Messehallen und auch einige Casinos inzwischen in Las Vegas. Hier ein Bild davon, die beste Art, sich auf der CES in Las Vegas zu bewegen, steht hier. Und der Cybertruck ist hier inzwischen auch aufgetaucht, wie er durch die Tunnel fährt. Sicherlich spektakulär, ich wäre gerne dabei. Für den Cybertruck gibt es auch noch weitere Neuigkeiten, was den Rollout angeht. Und zwar haben jetzt erste reguläre Kunden in den USA ihre Win-Nummern, also ihre Fahrgestellnummern, bekommen. Hier ein Post dazu, der schreibt, Tesla hat damit begonnen, Cybertruck-Wins an normale Käufer der Foundation Series, also nicht Mitarbeiter, zu versenden. Cybertruck-Lieferungen mit Allradantrieb, also nicht die Beast-Variante, sondern der mittlere Trim. Die stehen ganz kurz bevor. Die Win- und RN-Nummern hat er hier geschwärzt, aber er sagt, die Person lebt in Kalifornien und ist kein Tesla-Mitarbeiter. Und dann postet er auch noch drei weitere Personen, die ebenfalls keine Tesla-Mitarbeiter waren. Wir sehen hier also, der Rollout geht weiter voran. Passend dazu gab es auch gleich Bilder von verschiedenen LKWs mit vielen Cybertrucks, die auf dem Weg zum Kunden sind. Ja, wenn das euch hier gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben und ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sehen und hören wir uns ganz bald wieder. Macht das ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr unterstützt damit auch weiter den Kanal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.